Herzlich willkommen, unsere sechs Junioren. Ich darf vorstellen, die Startnummer 151, wir haben ihn schon gesehen in der Neulingsklasse, wie gesagt, der ist ja 16 Jahre alt, Herr Patrick Hüsinger. Startnummer 151, Herr Adrian Calanderi. Mit der Startnummer 156 sehen wir den Herrn Martin Hason. Die Nummer 161 trägt Herr Martin Baumann. Mit der Nummer 167, Herr Ali Bacetschi. Und mit der Nummer 174 begrüßen wir Herrn Halit Taragötz. Geht einmal ein bisschen weiter nach hinten zum Bühnenhintergrund, weil da war das Licht vorher so gut in der Damenklasse. Geht einmal weiter nach hinten. Und vielleicht noch ein bisschen ein Stück nach rechts. Ja, passt das für die Worte zu? Eine Viertel Drehung lag rechts. Ja, passt das für die Worte. Auch eine vierte träung. Ja, passt das für die Worte. Noch eine vierte träung. Danke sehr. Lattissimus von Juanepinto. Danke sehr. Eine seitliche Brustlose, seitliche Brust, jeder von seiner besseren Seite. Danke sehr. Seitlicher Trizeps, jeder von seiner bevorzugten Seite wieder. Danke sehr. Nun von rückwärts, Doppelbizeps mit Wabe. Zauber, danke. Super. Danke sehr. Lattissimus von hinten. Danke sehr. Und wieder von vorne. Doppelbizeps mit Wabe. Doppelbizeps mit Wabe. Doppelbizeps mit Wabe. Danke sehr. Und als Rettung, der großen Maskula. Doppelbizeps mit Wabe. Danke sehr. Doppelbizeps. Doppelbizeps. Danke sehr. Lattissimus von Juanepinto. Danke sehr. Doppelbizeps. Oder Tax ranket in Wabe. Doppelbizeps mit Wabe. Doppelbizeps. Danke sehr. Danke sehr. Seitlicher Brizeps bitte. Danke sehr. Nun von rückwärts. Doppelbizeps mit Wade. Danke. Wieder von vorne. Bauch und Beine. Danke sehr. Los, Machula bitte. Danke sehr. Danke. Haben alle ihre Ohren gewertet? Ja. Haben alle gewertet? Ja. Dann bitte ich den Techniker, dass er die Musik endlich klappt. Entschuldigung. 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 Entschuldigung.